HKL Baushop HKL Baushop präsentiert Die Minilader Sherpa 100 Eco Sherpa 100 Agri-Line Schmal und Sherpa 100 Benzin Im Baualltag ein bekanntes Problem. Für viele Aufgaben sind gängige Maschinen zu groß, die arbeiten dennoch schwer und mühsam. Hier sind die Sherpa Mini-Lader eine vielseitige Lösung. Sie übernehmen schwere Arbeiten auf der Baustelle, die sonst per Hand erledigt werden müssten. Der Sherpa Mini-Lader ist in verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich. Ein hydrostatischer Fahrantrieb sorgt dabei immer für kraftvollen und stufenlosen Vortrieb. Das Gewicht liegt je nach Modell zwischen 537 und 722 kg. Der 100 Eco hat einen SEFCON Hype-Ag Elektroantrieb mit 1,5 kW. Der Akku mit 360 Amperestunden ermöglicht Arbeitszeiten von bis zu 8 Stunden. Dabei arbeitet der 100 Eco emissionsfrei und geräuscharm. Die Breite beträgt nur 76 cm. Damit kommt der Sherpa überall durch, wo ein konventioneller Kompaktlader passen muss. Der Sherpa 100 Agri-Line Schmal ist ebenfalls nur 76 cm breit. Als Antrieb ist hier der bewährte Honda GX 390 mit 13 PS verbaut. Stärkste Variante ist der Sherpa 100 Benzin mit dem Honda GX 630. Die Leistung des Zweizylinder-Benziners beträgt 21 PS. Für eine bessere Traktion sind die Räder breiter. Dadurch liegt die Breite bei 1,12 m. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine große Flexibilität. So lässt sich der Sherpa Mini-Lader sogar problemlos in einem Transporter zur Baustelle fahren. Der Mini-Lader meistert auch enge Einsätze auf der Baustelle. Wendemanöver sind auf engstem Raum möglich. Der größte Vorteil des Sherpa ist seine Vielseitigkeit. Im HKL-Baushop sind zahlreiche Anbaugeräte verfügbar. Damit wird der Sherpa zum Allrounder auf jeder Baustelle. Für den Laderbetrieb gibt es Schaufeln mit 76 cm oder 1,12 m Breite. Mit einer Palettengabel ausgerüstet, transportiert der Sherpa auch schwere Baumaterialien wie Pflastersteine. Für Abbrucharbeiten innen oder außen gibt es den hydraulischen Abbruchhammer RM45 von Globram. Auch für typische Arbeiten im Galabau gibt es eigene Anbaugeräte, Erdbohrer mit verschiedenen Durchmessern oder hydraulische Greifer. Mit Anhängerkupplung und einem Damper verfährt der Sherpa 100 bis zu 750 kg Material. Das Auskippen der Mulde erfolgt über die Hydraulik des Miniladers. Damit bietet sich der Sherpa auch als flexible Alternative für Minidumper an. Die Sherpa Minilader. Der Sherpa 100 Eco. Der Sherpa 100 Agri-Line Schmal. Und der Sherpa 100 Benzin. AKL Baushop. Alles für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen.